Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben einen Garten, der schon gesehen ist, ein überlebens großes Prakat mit einem Foto von unseren Gartenmädchen. Wir haben jetzt die Ehre und das Vergnügen, ein komplett neues Gartenmädchen vorstellen zu dürfen. Also ich bedanke mich jetzt schon für euren Applaus und bitte nun um den Einmarsch für unsere Mädchengarten mit dem neuen Gartenmädchen. Applaus Ja meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere Garten im neuen Gewand, super! Einen Applaus! Ich bedanke mich hiermit bei folgenden Sponsoren bei der Firma Betonwerke Koch, bei der Firma Nichtleutel-Aufnitz, die Firma Elektropostlo, Deutsche Vermögensberatung Rudolf und Partner, Aufzugfirma KUKA, Elektropötz, Zahnbau Bichlhöfer, Opel Stenk, Blatt und Blüte Manuela Haupthofer und die Birgit Ostsau. Und nun möchte ich eine Person zu uns auf die Bühne rufen. Die Daniela Fuchs, bitte! Applaus Unsere Damen, Molten, Marker, Meisler, Daniela Fuchs, die jetzt ganz genannten Teller hat. Riege und euren Dankeschön! Applaus Ja, wir sind jemand, ja! Dafür sind wir Neuhaufen! Liebe Dani, Dankeschön! Der Stadt aus ihrer Feder, der Entwurf staut aus ihrer Feder und aus ihrer Werkstatt. Trachten, Moden, alles was ihr jetzt begehrt für die Damen. Jetzt hat mir unten längst die Leder nicht gepflegt, die was anderes rissen hat. Wurscht! Liebe Dani, ein herzliches Dankeschön noch von uns allen, von der Garten Trainerin oder von euch beiden Garten Trainerin. Danke Dani! Und wir gehen jetzt nach dem Umgang mit Gühnen rein, für den Garten-Kanz mit den neuen Garten an. Dankeschön! Liebe Kirmaschine oben und die Garten-Maschine zu! Danke für eure Anmerksamkeit! Applaus Alle Garten-Maschine Das war's. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.